Ja, ich bin hier im Hotel Alpenrose in Kufstein, denn in Tirol, es ist ja traumhaft, dürfen auch die Hotels und Gastronomen heute ihre Türen öffnen. Aber im Hotel Alpenrose, einem Haubenlokal, da ist alles zu. Stefan Mauracher, du bist hier der Chef. Warum ist bei euch alles zu, obwohl ihr ja eigentlich heute öffnet, beziehungsweise seit gestern schon offen haben dürft? Ja, bei uns, es ist sicher nicht so, dass wir nicht aufsparen wollen. In so kurzer Zeit die ganze Maschinerie hochzufahren, das heißt, 16 Meter weiter wieder alle bei der Stange zu haben, ebenso alles vorzuproduzieren, das dauert ja doch auch ein paar Tage. Die Planungsmöglichkeit im Vorfeld war uns einfach ein bisschen zu kurz, um heute schon aufzusperren, beziehungsweise gestern und haben das jetzt versucht oder versuchen es oder schaffen es auch, am Donnerstag dann aufzusperren und ab Donnerstagmittag unsere Gäste nachher wieder zu verköstigen und zu verwöhnen. Es ist ja so, am Mittwoch war die große Pressekonferenz, das heißt, eure Zeit wäre gewesen Donnerstag, Freitag, Samstag, um alles zu arrangieren, den Einkauf wiederum die Mitarbeiter vor Ort zu haben und auch vorzuproduzieren. Ist das nicht zu schaffen oder was sind da die Hauptprobleme dabei? Ich denke, es auf unserem Niveau, um das Ganze einzuhalten, war es für uns nicht zu schaffen. Wie schon gesagt, am Donnerstag auf diese sieben Tage oder auf diese acht Tage, da schaffen wir das. Aber eine Woche Minimum Vorlaufzeit müsste man uns geben oder sollte man uns geben. Und darum auch vielleicht, dass man den Gästen sagt, unseren Stammgästen, nicht, dass wir nicht wollen, sondern es ist einfach von einem zeitlichen Aspekt her nicht gegangen. Aber wir versuchen jetzt unser Bestes und machen das auch, für Donnerstag dann ab Mittag für euch da zu sein. Es ist ja jetzt so, ich bin ja durch Kufstein durchgefahren und da seid ihr nicht die Einzigen, die nicht gestern aufgesperrt haben, sondern es gibt auch viele andere, die das nicht geschafft haben. Was haben die Gäste eigentlich gesagt dazu, dass sie eigentlich wieder kommen dürften, dass sie bei euch ab Donnerstag wieder kommen können? Wie ist die Reaktion der Gäste? Habt ihr schon Reservierungen viele? Wie schaut es aus? Ja, das war ganz spannend. Ich habe lange damit mit meinem Team gekniffelt, warum wir überhaupt es aufsperren? Dass es vor Donnerstag nicht gegangen wäre, das war uns bewusst, weil es von der Zeit her nicht gegangen ist. Aber da doch unsere Stammgäste dann auch wieder reserviert haben, ab einem gewissen Zeitpunkt doch noch etwas verhalten. Aber es kommt was, das ist das Schöne, vielleicht aus Loyalität, beziehungsweise auch aus Genuss, weil der Mensch wieder genießen will und überhaupt die Weihnachtszeit, besinnliche Zeit mit der Familie oder vielleicht auch mit der Firma wieder einen kleinen fröhlichen Tropfen, Wermutstropfen zu haben bei uns. Und deshalb haben wir eigentlich schon gesagt, wir sperren jetzt wieder auf, weil es doch schon wieder Buchungen und gute Ambitionen zu Buchungen gibt. Die Planungssicherheit, die fehlt ja jedem in der Gastronomie und Hotellerie, das höre ich immer wieder. Ihr wisst nie, wann kommt der nächste Lockdown, wann müsst ihr wieder zusperren. Wie ist das als Wirtschaftstreibender, als Gastronom, als Hotelier, mit diesem Tamogläs-Schwert über einen zu arbeiten? Gar nicht einfach. Nicht nur für mich einfach, ich sage es auch für meine Mitarbeiter, ganz, ganz schwierig. Ich kann es nur sagen, wenn ein Restaurantleiter oder ein Kellner bei mir arbeitet, der rechnet ja nicht nur mit dem Lohn, sondern der hat auch ein Trinkgeld. Das kann nachher gleich einmal eine Autorate sein im Monat, mit dem man aber rechnet. Also man kann jetzt nicht sagen, der Mitarbeiter rechnet nicht damit und das ist sehr, sehr schwierig. Deshalb appelliere ich schon darauf, dass man versucht, offen zu halten jetzt und einfach sagt, okay, wir machen das mit unseren Regeln, wir haben auch die Sicherheit und wir haben es auch bewiesen, dass wir mit unseren Sicherheitskonzepten das Ganze durchziehen können, aber entweder ganz oder gar nicht. Die Gastronomie ist ja eigentlich ein sicherer Platz, wie man auch anhand der Zahlen immer wieder sieht. Jeder, der reinkommt, muss ja sofort seinen Test bzw. seine Genesung etc. alles nachweisen können. Aber nicht nur das. Wenn er bei euch sitzt, muss er seine Daten bekannt geben, dass man eben, sollte es irgendwas sein im Contact Tracing, alles nachvollziehen kann. Das heißt, eigentlich ist man ja da sicherer als im Einkaufszentrum. Ja, ich denke, das wissen viele Menschen. Natürlich können wir nicht sagen, wir können nichts mehr zum Essen einkaufen. Also da tun wir uns schwierig, weil das Essen, das brauchen wir einfach. Die Menschen können auch nicht nur in ein Restaurant gehen zum Essen. Und deshalb versteht man das natürlich auf der anderen Seite auch. Die Sicherheit geht vor, das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe selber Opa und Oma, wo man einfach darauf schaut, auch in Zeiten wie diesen. Doch trotzdem soll man einfach die Planbarkeit für uns mit einer stabilen Politik haben, wo wir schauen können, okay, wir lassen offen oder wir lassen geschlossen. Und das so vorzeitig planbar, dass wir auch einen Spaß daran haben aufzusperren und nicht im Vorhinein schon wieder mit einem Stress reingehen, was uns gar nicht viel Spaß macht. Ja, danke vielmehr Stefan. Das ist auch der Tenor in der ganzen Gastronomie und Hotellerie, die Planungssicherheit. Die Regierung muss da jetzt eben schauen, dass sie da lange genug Vorlaufzeiten haben, die Gastronomen und Hoteliers, dass sie aufsperren können. Aber sollte der nächste Lockdown kommen, dass sie auch rechtzeitig wissen, wann sie wieder zusperren müssen. Wie lautet das, die Mänった realms in Ressort 1⁺? Wie 몸sten verans sharingiわか. Bis zum nächsten Mal, die Stärken aufzusetzen. Und ich kann mich hingeworfen. Und jetzt möchte ich mir signing deactivation, die Tänke aufsperren. Vielen Dank.